Ich denke das ist nur so ein richtiges Tutorial, welches alles zeigt, aber es ist ein 2 Minuten Tutorial. Das reicht mir nicht so ganz, habe ich das Gefühl. Das reicht mir nicht so ganz, habe ich das Gefühl. gut ja ok Es lustet mich jetzt gar nicht so. Ja, ein bisschen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020